Hallo Freunde, und hier bin ich wieder mit einem Part von Pixelborn. Oh ja, das gab es schon lange nicht mehr. Und ich muss auch zugeben, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Aha, ah, ja genau, ich weiß schon, was ich machen wollte. Aber irgendwie bin ich nicht mehr dazu gekommen. Und zwar wollte ich halt so einen Eventplatz machen. Und wieso hängt jetzt der Server? Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ich habe schon mal ein Part aufgenommen. Und den habe ich auch hochgeladen. Und dann habe ich noch ein Part aufgenommen. Und den habe ich nicht hochgeladen. Und dann habe ich gemerkt, oh, der ist schon extrem alt, Leute. Ich weiß nicht, ob ich ihn hochladen soll. Deshalb habe ich mir kurz angeschaut, was ich da gemacht habe. Deshalb steile ich jetzt, also seht ihr hier, das Wichtigste, was ich gemacht habe. Äh, dann vergessen wir den Part. Und es geht jetzt mit diesem Part weiter. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, 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 ja. So, aber jetzt, was wir jetzt machen, Leute. Äh, nein, das sollte nicht so aussehen. Nee, nee. Äh, äh, nein. Ups, achso, warte mal. Ich muss mal gucken, wie noch mal die Steuerung geht. Ah ja, genau, so, so. Oh mein Gott, ich habe schon echt da gar nicht mehr gezockt, Leute. Ich sollte vielleicht das Texturback ändern, weil es leckt ein bisschen herum. So, äh, Option, äh, Option, Ressourcepicks, genau das war's. Das gehen wir raus. Ähm, hm. Nee, ich glaube, das ist was anderes. Egal, mal gucken. Vielleicht geht's da besser. Mit die Framerate und so. Was habe ich da für ins Kino? Das ist ja nicht mein Skin. Das ist ja ganz komisch. Bin ich auf der Jeteri Roxen? Ja, bin ich. Das ist ja ganz komisch. Moment, Gott, Leute. Was ist das für ein Skin? Okay. Sonst lassen wir ja immer den Steves gehen. Wieso habe ich jetzt so ein... So eine Frau? Okay, komisch. Na gut, Leute. Aber was wir jetzt machen? Ich denke, ich weiß nicht, was wir machen. Aber, äh, auf jeden Fall ist es auch ein kleines Infovideo. Und zwar, werde ich vielleicht den Server, äh, bald, also, von Hidrado halt bald schließen, weil ich habe noch was anderes geplant. Und ich denke, da machen mehr Leute mit, weil... Vielleicht kann es sein, dass bei ein paar Leute, also, die der Mod-Engineer, das Pixelmon ein bisschen viel zieht. So wie bei mir. Und bei Aufnehmen geht es noch recht gut. Gerade noch. Und, ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich schon was geplant heute. Auf jeden Fall habe ich was Cooles geplant. Also, kein Bot, also, damit man ganz normal Minecraft spielt. Und, oh, jetzt verrate ich ein bisschen zu viel. Aber ist egal, Leute. Irgendwann kommt das sowieso raus. Äh, also, erfährt ihr sowieso irgendwann alles. Aber ich werde es nochmal genauer erzählen. Und zwar, hätte ich dann mal vor, ähm, ob ihr vielleicht Lust habt. Wenn ihr nicht Lust habt, dann... Ja, ist halt eure Sache. Aber ich hoffe, ihr habt Lust dabei. Weil ich habe auf jeden Fall Bock auf die neue Version von Minecraft 1.9. Die ja bald irgendwann erscheinen soll. Ich habe keine Ahnung, wann. Ich habe nicht nachgeguckt. Aber ich denke, die sollte schon bald erscheinen, ne? Also, die können ja nicht unendliche solche, äh, halt die Probespiel-Visionen halt immer updaten, ne? Also, ich finde da, die sollen das manchmal ein bisschen zackiger machen. Und langsam auf den neuesten Stand bringen. Damit wir mal halt sehen, was da so abgeht. Ein paar meckern ein bisschen über die neue Version. Wahrscheinlich wegen den... Also, die Verzögerung beim Schlagen halt, bei einem Schwert. Das ist... Für einen PvP ein bisschen, naja... Ich sag mal, es ist ein bisschen gut, muss ich sagen. Man hat ja noch ein Schild, Leute. Da könnte man hinschlagen und dann den Schild hervorheben. Und... Ja, wieso ich hier herumfliege? Ich weiß es nicht. Ich wollte noch irgendwas machen. Was wollte ich nochmal machen? Verdammt, ich hab's wieder vergessen. Achso, ja genau, stimmt. Ich weiß, was ich machen wollte. Moment mal, wo bin ich? So. Äh, es ging ja mal zu 0,0. Genau, da wollte ich hin. Ähm... Ja, auf jeden Fall wollte ich... Genau, wenn ihr Lust habt, ob ihr die 1.9 dann austesten, wenn sie dann draußen ist. Also nicht die Testvision, die immer schön geupdatet werden, äh, sondern die richtige Vision, ne, die dann offiziell draußen ist. So. Äh... Ahaha, wo bin ich denn da? Ein Dorf. Interessant. Interessant! Okay. Ein Fliegen. Zu einem Punkt. Hm. Der Punkt ist, glaube ich, cool. Oh, der ist ein Panferno. Hallo Panferno! Du siehst echt cool aus. Hm. Okay, gut. So. Damit jetzt mal geklärt ist, und ich brauche was zum Essen. Ach, ich habe noch einen kompletten Hühnchen. Gut, so. Okay, mir geht schon etwas besser. So. Ähm. So, aber ich brauche jetzt gar kein Essen, Leute, weil jetzt mache ich irgendetwas Verrücktes. Weil jetzt, ich weiß nicht, irgendwie... Ich zeige euch mal, was jetzt bei der Pixelmon 1.9... 1.9? Nein. Falsch. Äh, bei Pixelmon 4.0.7 ist eigentlich eine neue Person draußen. Moment mal, das muss ich jetzt überprüfen. Moment, Leute. Wir überprüfen das mal. Jetzt, genau, jetzt. Ach, Leute, jetzt. Jetzt müssen wir das überprüfen. Weil ich habe mal irgendwas gehört, dass da irgendwas geupdatet wurde. Oder irgendetwas. Achso, sowas ist gekommen. Achso, achso, na dann. Na dann. Wenn sowas nur gekommen ist, dann ist das egal. Okay. Also, da habe ich sie gepostet, was sie am Tag zu machen. Mhm. Also, was sie in diesem Jahr alles gemacht haben. Wer brav gearbeitet hat und wer am meisten gearbeitet hat und so. Ja, ja. Da gibt es ein paar, die haben ganz schön viel gemacht. Ein paar haben auch wenige Sachen gemacht. Aber ich glaube, die haben nur die Musik gemacht und so. Und die Töne und... Ja. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall haben die ein bisschen was gemacht. So. Äh. Hä. 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 Genau. Ich wollte jetzt... Also, hier ist jetzt der Eventplatz. Game Mode 1. Genau. Aber der wird ja auch nicht lange sein. Ich weiß nicht genau, wann ich den Server... Wie lange ich den Server noch offen halten werde. Vielleicht wird er... Vielleicht wird... Wird das gleich geschlossen, wenn das... Wenn das Video online ist. Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich... Genau. Wie lange das Server noch läuft. Ich glaube, der läuft noch... Ein paar Tage. Ich glaube, noch ein paar Tage läuft er noch. Okay. So. Äh. Dann mache ich jetzt mal ein paar hübsche Sachen. So. Aber erst dann kaufen wir uns an, was da hübsches Neues ist. Bei der neuen Version. So. Die Ohren, die kennen wir. Also, die sind nicht neu. Äh. Was ist neu eigentlich? Warte, 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 warte. Warte, 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 was cooles machen. Das ist neu, oder? Ja, das ist neu. Was ist denn das da? Aha. Das kenne ich nicht. Hm. Ist das so ein Aufzug? Weil es gibt so einen Aufzug, Leute. Da, 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 den Aufzug. Da, da. Und da können wir da hin. Und da können wir da, 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 da. Okay. Da, da, da. Da, 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 da da, 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 da. Zack, zack. Und dann geht's da lang. Wir müssen immer schon in die Richtung schauen. Zack, zack, zack. Und dann geht's. Äh, 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 Moment. Moment, Stein, Stein. So. Und dann geht's. Ich weiß nicht, was ich genau mache, aber Leute, ihr guckt jetzt zu, was ich da mache. Wui, wui. Okay, okay, genau, genau, da könnte ich ja gleich. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache, Leute. Ich weiß, was ich mache. So, Moment, wir machen jetzt mal so Zeug. Zack, zack. Genau, man landet dann hier. So. Dann holen wir noch ein Item da vorne. Und zwar den, äh, den Hidden Block Cube. So, zack, 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 zack. Die kann man ja besser sehen. Äh, äh, egal. Ist jetzt auch nicht so egal. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Jetzt benutze ich die Blöcke. Muss ich halt gucken, damit ich mich nicht verbaue. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ups. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ah, ja, genau. Genau. Ich mach das so zu. Damit keiner rein kann. Kann keiner rein? Ich glaub schon. Da kann auch jemand rein. Aha. Aber da kann jemand runter bauen. Oh Leute, wenn ihr das macht, sonst hätt ich echt fies. Okay. Äh, so. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay. Das war's dabei, glaub ich. Jetzt kann man nicht mehr so. Doch, da kann man noch rein. Genau. Oh nein. Oh nein, ich bin da ein gespürt. Das ist nicht gut. So, noch das dazu bauen. Jetzt kann man nicht mehr rein. Auch von da kann man noch rein, oder? Nein. Gut, da muss man seinen Weg rein finden. Wo ist der Weg rein? Ah, da ist der Weg. Oh, da. Oh, da. Und dann kann man nicht mehr zurückgehen. Da muss man halt das machen, ja? Wenn man nicht mehr zurück kann. Dann stelle ich da in den Aufzug hin. So, zack. Aufzug. Und dann geht das da hoch. So, ich muss gucken, wie weit hoch das geht. So, noch mal da, 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 da. Das wollte ich nicht machen. Okay, ja. Die Höhe ist, ist gut, oder? Ist die Höhe gut, Leute? Ich denke schon. So. Ups, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Blöcke zerstört. Egal. Ist nicht zu wichtig. Ist nicht zu wichtig. Kann gut passieren. So. Da oben stellen wir halt das Ding drauf. Das Ding. So. Dann gehen wir da runter. So. Da. So. Genau. Jetzt kann man da noch reinfliegen, oder? Genau, da kann man da reinfliegen. Ich wusste, man kann da noch irgendwas. So. Aber erst, wir machen das noch zu. Ups. Nein, nicht so zu. Wir müssen das... Ähm. Hm. Warte mal. Aha. Ja. 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 Aha. Das kommt auch. Genau. So. Okay. Gut. Und dann gehen wir da rein. Und dann... 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 Also geht das nicht. Ist es nicht über den da? Oder hat das... Achso, das ist ja eine bestimmte Reichweite. Genau. Oh, daran habe ich jetzt nicht gedacht, Leute. So. Dann gehen wir ein bisschen runter. Mit dem Block. Okay. Geht nicht. Dann gut. Dann halt nicht. So, da. Sehen wir so, wie das reichen, oder? Moment, machen wir das noch ein bisschen tiefer. Okay, Leute. Ich würde nur sagen, das war es dabei mit diesem Part. Ich baue dabei so ein hübsches Ding da. Das könnt ihr euch dann anschauen. Und... Wenn euch das gefällt, also gefällt, dann... Moment, dann... Und wenn es euch nicht gefällt, dann baut einen Daumen runter-Button. Und wenn es euch... Ganz toll gefällt, dann... Baut einen... Ein... Was baut denn ihr dann? Ja. Dann baut ihr... Äh... Äh... Alle Pokemons, ja? Alle Pokemons, genau. 1 bis 700 irgendwas. Ich glaube, es gibt schon 700, oder? Ich denke schon. So. Jetzt das mal mit einhin. Zack. Zack, zack. So. Zack, zack, zack. Und das war's, damit wir diese Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bis dahin. Und... Ja, jetzt hat's funktioniert. Gut so. Oh. Genau. So. Ja. Und dann machen wir Obsidian-Blöcke. Nein, da machen wir keine Blöcke. Okay. Gut. Das war's, meine Leute, mit diesem Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, bis dahin. Wie gesagt, wenn's euch gefällt, ein Daumen nach oben geben. Oder... Bauen. Oder Daumen nach unten... Darunter geben. Also runtergeben. Oder bauen. Oder Pokemons bauen. Oder Pokemons in den Kommentaren schreiben. Ja, schreibt alle Pokemons in den Kommentaren. Weil... Ey, ich hoffe... Ihr habt so viele Zeichen, aber ich denk schon. Ich denk schon. Ich denke jetzt, der Part ist ein bisschen lang, aber... Ach. Ist halt ein Special-Part, ne? Ich hab schon lange nicht mehr hochgeladen, muss ich sagen. Ähm... Warum das so ist? Weil... Weil... Ich hab mich ja ein bisschen bei anderen Sachen so... Als bei anderen Spielen so abgelenkt. Äh... Leute, da gibt's so... Spiele, die mich richtig ganz doll ablenken. Und dann... Und dann hab ich das vergessen. Und dann... Oh... Ja, oder... Oh, ja. Okay, was war das grad für ein Geräusch? Ne, das sollte nicht so... Okay, dann, jetzt war's dabei. Und... Ciao! Ciao! Ciao!